Bin jetzt gerade ungefähr bei einer Gewichtung 50-50 würde ich sagen, Krypto und Aktien, wo Bitcoin wiederum die größte Position wahrscheinlich aktuell in meinem Depot ist mit ungefähr einer Gesamtgewichtung von 25%. Aber wenn es 100.000 oder gar eine Million wäre, dann machst du einfach mal 100.000 Euro absolut gesehen weniger Rendite in dem Jahr, weil halt einfach deine Stockpickings oder deine Investments zum Beispiel jetzt nicht so gut gewesen sind für dieses Jahr. Julius, du bist gerade kürzlich nach Portugal, wenn man das so sagen darf, ausgewandert oder du bist gerade im Prozess dazu. Wie ist es dazu gekommen? Tatsächlich, ich bin dieses Jahr seit April 2023, habe ich mein duales Studium abgeschlossen und bin in die Selbstständigkeit reingestartet. Zum einen mit meinem Channel auf Instagram, Use Financials, aber auf der anderen Seite auch als Social Media Manager für ein Krypto-Tracking-Unternehmen. Da können wir gerne im Verlauf des Gesprächs auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Und ja, meine Gründe für den Umzug oder für die Auswanderung nach Portugal waren tatsächlich am Ende mehrere Punkte. Zum einen muss ich leider sagen, ich bin ein Mensch des Sommers, würde ich sagen. Ich bin ein Mensch, der Hitze und Sonne mag oder mehr mag wie Kälte und Winter. Und deshalb ist Deutschland jetzt nicht das beste Domizil. In der Schweiz wird es recht ähnlich sein wie in Deutschland wettermäßig. Aber Wetter war so der eine Punkt. Der andere Punkt war ein bisschen tatsächlich die Menschen hier in Deutschland. Es sind nicht alle super schlecht gelaunt oder super negativ. Aber meiner Meinung nach hat man doch so einen gewissen Grundsound an Negativität in der Gesellschaft, wo ich einfach sage oder wo ich jetzt für mich erkannt habe, dass in vielen südländischeren Ländern, Italien, Spanien, aber auch Portugal einfach die Mentalität etwas chillter ist, etwas positiver ist, meiner Meinung nach. Und zu guter Letzt ein dritter Punkt, den viele immer nicht super gerne hören oder wo es auch oft Hate und Kritik gibt, ist einfach der monetäre Aspekt, weil meiner Meinung nach das Leben in Deutschland, aber auch die Art und Weise, wie mit Selbstständigen umgegangen ist, nicht super perfekt ist. Da sollte Deutschland meiner Meinung nach auch langfristig etwas ändern. Also ich kenne ja auch viele andere, also auch Aaron, also der Homo Ökonomicus ist ja auch ein gutes Beispiel. Der ist ja nach Zypern ausgewandert. Da ist es ja auch ähnlich, auch vom Wetter her natürlich, ist direkt auch am Meer. Und ich höre das wirklich von sehr vielen, besonders Deutschen gerade aktuell. Also es sind weniger Schweizer oder Österreicher, von denen ich jetzt höre, dass die jetzt massiv auswandern oder eher auswandern, vor allem aber von Deutschen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, es hat sicherlich auch mit der Politik zu tun oder Steuern oder viele andere Aspekte, wo man vielleicht sagt, okay, da fühlt man sich irgendwie ein bisschen verarscht, wenn ich das so sagen darf. Und jetzt würde mich aber auch interessieren, dieser Schritt ist ja schon echt ein großer, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du irgendwie Familie dort hast oder Freunde, Bekannte. Da baust du dir eigentlich wie auch ein neues Netzwerk auf, möchtest vielleicht auch allerdings die Sprache lernen. Da bin ich auch so ein bisschen Thema investieren, auch so die Frage. Klar, du kannst von überall aus investieren, du kannst deine Strategie auch von dort verfolgen. Wenn es ein Online-Business ist, kann man das auch von überall machen. Aber wie handelst du dann das? Kommst du immer wieder auch zurück nach Deutschland? Besuchst du Familie, Eltern, vielleicht auch Geschwister, wenn du welche hast? Oder was ist da jetzt so der Plan oder die Vorstellung in Kombination, wenn ich mir sage Selbstständigkeit, in einem anderen Land leben, aber dann trotzdem noch den Bezug Familie, Freunde und so weiter? Sehr, sehr guter und wichtiger Punkt, wo ich mir natürlich auch definitiv meine Gedanken gemacht habe, weil ich doch auch ein sehr sozialer Mensch bin, wenn es jetzt um Freunde, aber auch Familie geht. Bin natürlich auch jetzt an einem Punkt oder sehr dankbar am Ende quasi dieses Privileg auch zu haben, wie du es gerade schon gesagt hast, dass ich eben online arbeiten kann. Das heißt, dass ich weltweit überall meine Arbeit erledigen kann. Zum einen bei Youth Financials, aber auch als Social Media Manager, weil ich am Ende sozusagen nur ein Handy, ein Computer und irgendeine Internetverbindung brauche, um arbeiten zu können. Und werde natürlich quasi die Arbeit jetzt die nächsten Monate, Jahre flexibel an verschiedenen Orten erledigen, weil natürlich jetzt sozusagen mein Lebensmittelpunkt erst mal ganz klar Portugal sein wird, hat auch steuerliche Gründe. Ich weiß nicht, inwieweit du dich schon mal mit dem Thema Auswandern beschäftigt hast im Detail. In Deutschland kann man aber durchaus auch durch eine Auswanderung langfristig steuerliche Probleme kriegen. Deshalb sollte man sich da definitiv auch informieren und im Sicheren sein, was denn die klugen nächsten Schritte sind. Werde aber dem hingehend natürlich auch langfristig immer wieder in Deutschland sein, um meine Familie zu besuchen, aber auch um solche Geschichten wie vielleicht mal das ein oder andere Community-Treffen zu veranstalten. Und werde da dann auch eben darauf achten, dass ich auch größtenteils in Hotels übernachte, um dann eben auch einem Finanzamt langfristig immer nachweisen zu können, hey, ich war hier nur zu Besuch und hatte keinen Zugriff zu einem Schlüssel. Also könnt ihr mir auch nicht unterstellen, dass mein Lebensmittelpunkt in Deutschland war. Jetzt finde ich natürlich auch spannend, wenn wir schon beim Thema Finanzen sind, wie sieht es bei dir in der Anlagestrategie aus? Wir hatten jetzt dieses Jahr ein sehr turbulentes Jahr, so wie auch letztes Jahr. Wir haben jetzt nach dem, und der ist ja immer noch nicht fertig, Russland-Ukraine-Konflikt, jetzt auch Israel großes Thema und noch überall. Und man weiß ja nicht, was noch so im neuen Jahr 2024 auf uns zukommt. Wie hat das deine Anlagestrategie beeinflusst? Was machst du gerade aktuell? Wie sieht es aus? Sind da grüne Zahlen, rote Zahlen, schwarze Zahlen? Kannst du da etwas mehr Einblicke in dein Portfolio geben, was gerade so ansteht, wie du vorgehst? Definitiv. Also bei mir ist es tatsächlich eine ganz schöne Mischung im Depot. Liegt aber auch einfach an dem Fakt, dass ich einer bin, der doch recht stark diversifiziert. Also ich habe Aktien, aber auch Kryptowährungen. Und da, wo jetzt vielleicht dieses und letztes Jahr die Aktien teilweise natürlich auch gut performt haben, ich glaube, der S&P 500 ist hier to date bei irgendwie 17 Prozent plus. Also overall war das Jahr eigentlich gar nicht mal so schlecht, meiner Meinung nach. Aber es gab ja doch dann die ein oder andere Value-Aktie vielleicht oder REITs oder sowas, die doch recht stark unter die Räder gekommen sind dieses Jahr. Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass die Zinsen gestiegen sind, sowohl im Euro-Raum, aber natürlich auch in Amerika von der FED. Und meine Anlagestrategie ist jetzt eben gerade, was mir jetzt gerade sehr viel Spaß macht, liegt auch an den doch sehr grünen Zahlen. Sind Kryptos, Bitcoin und Ethereum. Bitcoin year to date mit, ich glaube, knapp 120 Prozent positiv. Bei Ethereum ist es nicht ganz so stark. Da waren es, glaube ich, nur 60, 70 Prozent. Aber ich habe doch ein sehr gutes Gefühl. Natürlich keinerlei Anlageberatung hier an der Stelle, dass wir vielleicht doch nächstes, übernächstes Jahr wieder in einen neuen Kryptobullenmarkt kommen könnten. Gründe dafür könnten sein, zum einen natürlich das Bitcoin-Halving, was nächstes Jahr im April ansteht. Aber zum anderen auch die Bitcoin, aber auch Ethereum-Spot ETFs, welche jetzt von einigen Vermögensverwaltern beantragt wurden. Und bin eben auch gerade jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich habe eher weniger Fokus auf Wachstumsaktien, weil eben mein Fokus gerade wachstumsgetrieben eher auf Kryptowährungen liegt. Und bin sonst quasi noch sehr fokussiert, eben mein Dividendendepot mit eben soliden Value-Aktien, wie meiner Meinung nach eine British American Tobacco, eine Coca-Cola, wie wir sie hier auch gerade haben mit der Coke Zero. Oder auch solche Unternehmen wie gewisse Reads, zum Beispiel Realty Income, gerade aufstocke, weil ich da echt gute Chancen finde. Und meiner Meinung nach diese Aktien, diese soliden Value-slash-Dividenden-Aktien doch recht stark abverkauft wurden und halt doch eine sehr solide langfristige Dividenden-Historie haben. Und ich glaube, dass bei den meisten Aktien, wenn wir uns jetzt wie gesagt Coca-Cola oder sowas anschauen, auch in 50, 60, 100 Jahren noch sehr schön laufend florierende Geschäfte haben werden. Wie ist das von deiner Aufteilung her oder weiß die Community, wie groß dein Depot ist oder ist es mehr mit den Prozenten? Hast du da etwas nähere Details, also ETFs, Einzelaktien, Krypto, also wie ist da die Aufteilung und warum hast du gewisse Schwerpunkte oder teilst du das auch mit oder wie handhabst du das? Genau, also Diversifikation per se teile ich mit. Mein absolutes Depot habe ich tatsächlich noch nicht veröffentlicht. Das ist so ein Punkt, den hebe ich mir auf für irgendeinen großen Meilenstein. Also ich weiß nicht, ob es 50.000 oder 100.000 sind bei irgendeinem Meilenstein, will ich quasi mein großes Depot overall auch mal zeigen. Und bezüglich der Gewichtung, ich muss fairerweise sagen, da ich jetzt natürlich in den kommenden Monaten durch den Umzug, Wegzug nach Portugal, zum einen durch sowas wie eine neue Wohnung, wo ich sechs Monatsmieten inklusive Kaution vorstrecken muss als Deutscher oder auch so Geschichten wie ich werde mir ja in Portugal ein neues YouTube-Podcast-Studio einrichten, wo ich dir natürlich jetzt auch nicht erzählen muss, dass es doch recht viel Geld kostet, so gescheite Kameras, Mikrofone und, und, und alles zu kaufen. Und mein Ziel ist da eben quasi sozusagen diese ETFs oder die ETFs, die ich jetzt in den letzten Monaten hatte, habe ich jetzt quasi alle verkauft, liquidiert und bin jetzt gerade ungefähr bei einer Gewichtung 50-50, würde ich sagen, Bitcoin oder Krypto und Aktien, wo Bitcoin wiederum die größte Position wahrscheinlich aktuell in meinem Depot ist, mit ungefähr einer Gesamtgewichtung von 25 Prozent am Gesamtportfolio. Da mögen mich durchaus jetzt einige auch für verrückt halten. Ich sehe das Thema aber ein bisschen anders, weil ich mich seit 2019 sehr intensiv mit dem ganzen Thema Bitcoin, Blockchain, Krypto, Smart Contracts und so weiter und so fort befasse und doch hier, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber hier doch eben langfristig eine Veränderung der Welt sehen könnten. Und deshalb bin ich eben doch sehr bullisch bei Kryptos, eben auch noch, weil ich vermute, dass wir jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren den nächsten Bullenmarkt sehen könnten. Wenn also 8 bis 10 Prozent jetzt bei dir so das Ziel sind, das ist also ungefähr die Marktrendite plus minus. Wenn man sich ja mal den S&P 500 anschaut, die letzten 100 Jahre, da kommst du ja auf diese 9 oder 10 Prozent irgendwas in dem Bereich. Wie siehst du das jetzt aber, wenn jetzt zum Beispiel deine Anlagestrategie zum Beispiel über die kommenden 10 Jahre deutlich underperformt, wenn sie zum Beispiel nur noch 7 oder 6 Prozent machen würde in diesem Zeitraum jährlich. Wie würdest du damit umgehen? Würdest du dann vielleicht auch etwas potenziell ändern? Das würde mich jetzt auch nochmal speziell interessieren, weil ich verstehe natürlich, wenn man die Marktkrendite mitnimmt, diese 8 bis 10 Prozent, dann ist man eh immer zufrieden. Auch wenn man manuell die Auswahl gemacht hat. Aber was ist, wenn du underperformen würdest über einen längeren Zeitraum? Wie würdest du dann vorgehen? Ist natürlich auch eine gute Frage und ich bin natürlich auch ein Investor, der quasi nicht als Experte geboren ist und auch ich habe natürlich Fehler gemacht und mache auch immer noch Fehler. Habe aber auch eben mein Ziel gesetzt mir, dass ich eben gesagt habe, wenn ich Fehler mache, dann analysiere ich diese auch und lerne auch aus diesen Fehlern, damit diese Themen oder diese Probleme in Zukunft nicht mehr auftreten. Ein Beispiel da wäre zum Beispiel, ich habe aktuell 40 unterschiedliche Coins und Token in meinem Krypto-Portfolio und habe da letzte Woche einen Beitrag gemacht, wo ich eben mein Krypto-Portfolio mal vorgestellt habe. Und da kam recht viel Kritik oder was heißt recht viel Kritik, aber der ein oder andere doch durchaus kritischere Kommentar, wo eben dann so Kommentare kamen wie, ah, du hast ja keine Ahnung, was du denkst, du bist Experte hin und her, wo ich jetzt gestern einen Beitrag hochgeladen habe, wo ich eben erklärt habe, warum habe ich denn 40 Coins im Depot? Kurze Geschichte, ich habe einfach 2021 im letzten Bullenmarkt gedacht, ich bin der neue Warren Buffett, ich bin der beste Krypto-Investor und in die Projekte, wo ich investiere, steigen alle. Satz mit X, ich habe mich definitiv ein wenig verzettelt, habe aber jetzt auch natürlich als Learning aus dieser Phase mitgenommen, dass ich in der nächsten Bullenmarkt mich definitiv nicht auf 30, 40 Coins und Token verlassen werde, sondern vielleicht auf maximal 5 oder sowas. Und das ist eben auch so ein Punkt, was ich mit einer Underperformance langfristig machen würde. Ich würde mir definitiv anschauen, also ich tracke auch mein Portfolio ähnlich wie du, sehr akribisch bei Portfolio Performance, weil ich einfach sage, es ist sehr wichtig auch eben zu tracken, wie läuft man, wie entwickelt man sich. Weil, bestes Beispiel, wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht, dann schaut man auch regelmäßig, wie entwickelt sich das Gewicht, wie entwickelt sich die Muskelmasse, wie entwickelt sich der Fettanteil und genau das sollte man meiner Meinung nach auch bei seinen Investments machen. Und deshalb würde ich natürlich da auch hingehend was ändern, wenn ich jetzt merke, hey, der gewisse Sektor oder eine gewisse Branche oder eine gewisse Aktie performt wirklich überhaupt gar nicht so, wie ich es mir gewünscht oder erhofft hatte, dann bin ich natürlich jetzt auch keiner, der davon abschreckt, irgendwelche Aktien aus dem Depot rauszuschmeißen. Geht natürlich auch für Kryptowährungen in dem Zusammenhang. Weil ich habe halt auch in einem kürzlichen Gespräch halt festgestellt, je kleiner das Portfolio ist, umso weniger schlimm ist es, wenn du underperformst. Und ich rede jetzt von ein, zwei Prozent, das ist zwar immer noch weniger, das ist aber noch nicht so schlimm, aber zum Beispiel dieses Jahr haben wir mit dem S&P 500 irgendwie 17, 18 Prozent Year-to-Date gemacht. Es gibt aber Portfolios, die zum Beispiel vielleicht im selben Zeitraum lediglich 5 Prozent, 6 Prozent gemacht, haben wir jetzt einfach mal als Beispiel. Und wenn du 12 Prozent oder auch schon nur 10 Prozent drunter bist, in jetzt so einem besseren Jahr, wo du ja eigentlich mehr Rendite als diese durchschnittlich 8 bis 10 Prozent machst, so wenig mehr oder so viel weniger mehr Performance machst, dann ist es natürlich massiv. Bei einem kleinen Portfolio von 1.000 Euro oder 10.000 Euro sind halt 10 Prozent einfach nur 1.000 Euro. Das ist noch vertretbar. Aber wenn es 100.000 oder gar eine Million wäre, dann machst du einfach mal 100.000 Euro absolut gesehen weniger Rendite in dem Jahr, weil halt einfach deine Stockpickings oder deine Investments zum Beispiel jetzt nicht so gut gewesen sind für dieses Jahr. Oder gerade du in Tech-Aktien investierst und Tech-Aktien laufen gerade nicht gut oder du in Dividendenwerte investierst und die laufen gerade gar nicht gut. Das finde ich immer ganz spannend. Und da merke ich dann auch, okay, man muss schon immer am Draht bleiben und auch gucken, wie kann man zusätzliche Rendite generieren. In meinem Fall zum Beispiel war das jetzt für die letzten ein, zwei Jahre immer Thema Optionen, Covered Calls, wo man dann halt einfach anfängt mit einem wachsenden, größeren Portfolio, wo man dann auch hunderterstücklichen Positionen hat, also irgendwie 100 Apple-Aktien oder irgendwie 300 Nestle-Aktien, wo man dann anfangen kann, auch wirklich mit Optionen gescheit zu handeln, weil man auch große Positionen hat. Das war für mich ein großer Punkt. Aber auch immer mehr mit einem wachsenden Portfolio habe ich für mich persönlich gemerkt, wenn ich ein Prozent mehr oder weniger Rendite mache, sind das bei mir dann auch schon wieder 6.000, 7.000 Franken, die ich dann wegen diesem einem Prozent mehr oder weniger halt Verlust mache oder halt dann Gewinn mache. Und 7.000 Franken, einfach um das mal so einzuordnen, das ist ungefähr das Mediangehalt hier in der Schweiz. Du fährst ja eine ziemlich Basic-Strategie, oder? Wenn ich eine kurze Zwischenfrage stellen darf. Du bist ja, glaube ich, ziemlich stark in einem ETF investiert, oder? Nee, also es ist so, ich habe, also mein Investmentportfolio an sich ist ja, mache ich ja monatliche Depot-Updates, ist ungefähr jetzt bei 620.000, 630.000. Und da ist tatsächlich ein guter Viertel in ETFs drin, Vanguard for the All World. Und dann ungefähr 65 Prozent, also zwei Drittel, sind in Einzelaktien drin. Und da haben wir hauptsächlich Wachstumsaktien, aber auch Dividendenaktien, ein guter Split. Mittlerweile ist Wachstum schon etwas mehr als die Hälfte. Einfach auch gewisse Titel, die sich sehr gut entwickelt haben, wie Nvidia. Bei mir ist Nvidia ein 20-Bagger. Dieses Jahr geil. Die haben natürlich auch einiges hochgezogen. Und dann habe ich halt noch Bitcoin und Gold so als kleinere Position drin, als Absicherung. Oder halt eben nochmal so als minimaler Rendite-Boost so gesehen. Aber letztendlich, was ich einfach gemerkt habe, eben Optionen sind da noch dazu gekommen. Das ist einfach für zusätzlichen Cashflow. Diesen Cashflow kann man dann wieder verwenden, um zu reinvestieren. Also aktuell, je nach Monat, 500 bis 1000 Dollar an Optionsprämen kommen halt einfach rein zusätzlich zu den Dividenden. Und das ist halt natürlich auch wieder massiv, weil wenn du mit Optionen nochmal 0,25, 0,2% Rendite pro Monat rausholen kannst, ist es auf Jahr gerechnet trotzdem nochmal 2, 3% Rendite mehr, die du zusätzlich hast. Und down the road, wenn du das halt jährlich schaffst, eben dann vielleicht 1, 2% Überrendite statt. Und ich rede jetzt hier nicht von 17% pro Jahr, sondern ich rede halt von der durchschnittliche Markt macht 8 bis 10% und du schaffst dann 9 bis 11 im Durchschnitt. Und dann hast du 1% mehr jährlich und das macht massiv einen Unterschied am Ende von 40, 50 Jahren Anlagezeitraum aus. Das sind teilweise fast das Doppelte an Geld. Und wenn du auch viel investierst, dann landest du statt bei, keine Ahnung, bei 10 Millionen, dann landest du dann bei 20 Millionen. Na, nach 50 Jahren. Und das ist halt dann schon relativ krass, obwohl du nur 1% mehr Rendite pro Jahr gemacht hast. Also ich chase nicht irgendwie jedes Jahr 5%, 7%, 10% mehr, sondern mir reicht schon so 1%, 2% Übermarkt. Dann bin ich eigentlich schon happy, weil dann ist am Ende nach 40, 50 Jahren so massiv mehr Geld da, das glaubt man kaum, weil der Zinseszins so krass abgeht. Das Umgekehrte allerdings, da habe ich auch meine Meinung mit dem wachsenden Portfolio auch immer mehr und mehr geändert, weil ich verstanden habe, wenn ich kontinuierlich den Markt für 1, 2% Underperforme, dann habe ich am Ende x Millionen weniger, als wenn ich das nicht gemacht hätte und nur in einen ETF zum Beispiel investiert hätte und auf die Marktrendite mitgenommen hätte. Also das ist so ein bisschen dieser Approach, klar hast du den Spaß am Investieren und irgendwie ist es geil. Aber das Problem ist, je größer das Portfolio wächst, umso mehr musst du dich fragen, wägen sich 3 Millionen weniger nach 40 Jahren in diesem Spaß, den du hattest, auf oder nicht. Und wenn die Antwort Nein lautet, genau, wenn die Antwort Nein lautet und du sagst, okay, ich kann auch Spaß haben und 3 Millionen mehr haben nach diesem Zeitraum, dann denkst du dir, ja, 3 Millionen ist halt schon viel, das ist jetzt nur eine fiktive Zahl, vielleicht ist es für den einen 500.000 mehr, 200.000 mehr, für den anderen ist es 5 Millionen mehr, whatever. Aber das muss man dann für sich selber beantworten. Für mich hat es sich herauskristallisiert. Mir ist Spaß schon wichtig beim Investieren, weil es auch Hobby auf eine Art und Weise ist, man verbringt viel Zeit damit, aber irgendwo ist mit den wachsenden Summen auch eine Grenze da und wenn ich mit geschicktem Investieren oder vielleicht auch mit mehr passiven Investments am Ende der Zeit ein paar Millionchen mehr haben kann, jetzt für meinen speziellen Case, wie ich mir das ausrechne, dann verzichte ich lieber nicht auf diese paar Millionchen. Und da bin ich ganz, ganz ehrlich. Macht Sinn, macht Sinn. Wie oft änderst du oder passt denn du dein Depot an? Machst du das jährlich oder alle zwei Jahre, alle drei Jahre? Also ich mache ja nicht so einen kompletten, ich verkaufe alles und dann fange ich wieder neu an. Das ist halt immer so eine kontinuierliche Neuausrichtung jetzt in meinem Fall und dann kommen halt neue Dinge dazu, sei es das Thema Optionen zum Beispiel oder vielleicht in Zukunft, muss ich ehrlicherweise zugestehen, Währungsabsicherung für den Franken, weil ich lebe ja in Franken, habe es auch vor, die nächsten 50 oder so lange ich lebe eigentlich in Franken zu leben und wenn ich den Trend der letzten 20, 30 Jahre sehe, wie alle und zwar wirklich ausnahmslos alle Währungen gegenüber den Franken performt haben, dann ist für mich klar, vielleicht muss ich die kommenden Monate und Jahre auch drüber nachdenken, wenn das Portfolio auch weiter wächst und vielleicht auch bald die Millionenknacke mit dem Investmentportfolio. Okay, irgendwie muss ich dann auch das Franken-Währungsrisiko, das ich gegenüber dem Euro, US-Dollar und Co. habe irgendwie vielleicht auch absichern, etwas kosten, zahlen, aber diese Überrendite und das, was ich mir dann save dadurch, ist massiv, weil ich habe jetzt zum Beispiel Euro-Investments, die ich über die letzten paar Jahre gemacht habe, wo ich eigentlich massiv so gesehen Verlust gemacht habe, wo ich eigentlich Break-Even oder sogar mit Verlust rausgehen muss, weil der Euro gegenüber den Franken so stark abgekackt hat, ja und ich habe auch viele US-Dollar-Aktien, bei Aktien ist es noch etwas besser, sage ich mal, weil das noch die Kursgewinne, die da noch gegensteuern können, Unternehmen machen globale Gewinne, nicht nur in Dollar, sondern sie bilanzieren einfach nur in Dollar, aber das sind halt alles Punkte, wo ich mir, wo ich auch erst seit den letzten 12 bis 18 Monaten das am hautnah miterlebe und merke, Scheiße, ich lebe in Franken und habe 10% Dividendenerhöhung, ist netto, netto für mich in Dollar trotzdem 3% weniger Dividende, weil ich in Franken lebe und das sind halt alles solche Geschichten, wo ich damit konfrontiert worden bin und jetzt darüber nachdenke, okay, ich muss da vielleicht nachbessern und mit wachsendem Vermögen kommt auch eine wachsende Verantwortung in dem Kontext. Macht definitiv Sinn. Ich weiß nicht, Portugal, ich bin jetzt hier absolut lost, aber es ist schon Euro, oder? Ist Euro, ist Euro, ist Euro, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob die Gründungsmitglied waren oder ob sie dazugestoßen sind, ich bin tatsächlich politisch nicht der bewandertste Mensch, aber ist auf jeden Fall Euro, was es natürlich für mich jetzt auch im Hinblick auf den Umzug in vielen Punkten einfacher macht, weil ich natürlich viele Depots, aber auch einige Konten quasi einfach mit umziehen kann nach Portugal und genau. Ja, jetzt würde mich aber auch noch so interessieren, wir haben jetzt von Investments, Auswandern, jetzt auch so ein bisschen Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum. Du hast gesagt, du hast ein duales Studium gemacht, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe oder ein Studium gemacht. Wie ist da der Übergang gewesen? Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist jetzt ja Vollzeit selbstständig, weil sonst würdest du jetzt nicht nach Portugal dann auch gehen. Wie sieht da das aus? Wie war da die Entwicklung? Was waren da vielleicht auch für Hürden oder Dinge, die du jetzt gerade tacklst, besonders in Bezug aufs Business, also sprich auch das Geldverdienen als Selbstständiger, wenn du das so ins Rampenlicht rückst? Okay, sehr gerne. Also ich war von 2017 bis 2018 nach meinem Abitur neun Monate in Australien, habe da definitiv auch so ein bisschen die Weltoffenheit für mich entdeckt und gemerkt, wie geil es eigentlich ist, sich mit verschiedensten Menschen aus verschiedenen Ländern dieser Welt zu connecten und quasi in jedem Land so. Also das ist irgendwie langfristig mal mein Ziel, in jedem Land irgendwie ein paar Leute zu kennen, mit denen man quasi auf einer freundschaftlichen Basis irgendwie ist, weil am Ende die Welt ist einfach meiner Meinung nach global geworden und nicht mehr so auf einzelne Länder ausgerichtet und habe dann eben nach meinem dualen Studium, nach Australien mein duales Studium angefangen bei einem Automobilzulieferer. ging viereinhalb Jahre lang inbegriffen, so jetzt inbegriffen in diesem Studium, war einmal eine Ausbildung zum Industriekaufmann und ein Bachelor in BWL, eben kombiniert quasi mit der Arbeitsbelastung. Das ist ja eben meiner Meinung nach der große Vorteil an dualen Studien. Ich weiß gar nicht, gibt es in der Schweiz auch solche dualen Studien? Wahrscheinlich schon auch, oder mittlerweile? Also so, was ist halt das Nächste, was es gibt, ist, du studierst einfach Teilzeit so. Du arbeitest so 60, 80, manchmal auch 100 Prozent, wenn du ein richtiges Tier bist und dann studierst du Teilzeit halt drei oder vier Jahre, je nachdem. Dann bist du zwei Tage nochmal in der Schule, meistens auch Wochenende, also Samstag sehr oft und dann unter der Woche abends. Also es kommt sehr darauf an, aber ich denke jetzt mal, das ist so das Nächste, was an duales Studium so rangeht, meiner Meinung nach. Und ansonsten so per se kenne ich das so nicht, also duales Studium als Konzept. Also es ist eher schon, was ich gerade erklärt habe. Klingt interessant, weil tatsächlich in Deutschland ist es, würde ich jetzt sagen, auch in den letzten Jahren immer größer und größer und populärer geworden, dass man quasi sagt, man schließt sich einem Arbeitgeber, einem Unternehmen an und macht dann quasi mit diesem Arbeitgeber zusammen das Studium. Das sah bei mir dann im Konkreten so aus. Ich hatte immer zwei Tage die Woche entweder Ausbildung oder Studium. Im ersten Jahr war es nur Ausbildung und in den letzten dreieinhalb Jahren waren es dann Studium. Und an drei weiteren Tagen der Woche hatte ich dann quasi Arbeit im Büro. Wurde dann natürlich auch 2020 durch Corona unterbrochen. Dann war natürlich recht viel Homeoffice. Habe aber quasi in dieser Zeit meiner Meinung nach sehr viel mitgenommen, weil es doch auch ein sehr guter Arbeitgeber war, wo einfach echt viel Geld auch quasi genommen wurde, um zu schauen, dass einfach die Auszubildenden und Studenten sehr gut gelehrt und unterrichtet werden. Mir ist aber ebenfalls in diesen viereinhalb Jahren aufgefallen, dass das Angestelltenverhältnis, klar, ich kann jeden verstehen, der sagt, macht mir Spaß und ich bin ein Fan von Sicherheit, weil für diese Leute ist natürlich das Angestelltenverhältnis perfekt, weil man hat einen sehr geregelten Tagesablauf. Man kriegt sehr geregelt sein Einkommen. Aber jetzt kommen wir eben zu dem großen Knackpunkt. Man ist in vielen Fällen und natürlich, je größer das Unternehmen ist, desto kleiner ist man in der Regel und desto weniger Mitspracherecht hat man auch. Und mir ist ein bisschen so aufgefallen, in diesen größeren Unternehmen eben 15.000 Mitarbeiter weltweit, an dem Standort, wo ich gearbeitet habe, waren es 1.500 Mitarbeiter. Du bist eine kleine Schraube von ganz vielen. Und ob du jetzt da bist oder nicht, ist eigentlich komplett egal, weil das Business eh weiterlaufen wird. Und habe dann eben während diesem dualen Studium, ungefähr mittendrin war das so, angefangen mit Youth Financials auf Instagram zu starten, weil ich eben mir selber, seitdem ich in Australien war 2018 dann in der Phase eben Gedanken gemacht habe, hey, ich verdiene ja dann, wenn ich jetzt mit dem dualen Studium beginne, September 2018, bekomme ich ein regelmäßiges Einkommen und dieses Geld sollte ich ja irgendwie vielleicht schauen, dass ich es klug investiere und nicht komplett irgendwie auf den Kopf haue. und habe mich dann eben sehr tief in diese ganze Aktien, ETF, aber auch Kryptowährungsthematik reingearbeitet und habe dann eben angefangen, auch erstmalig Geld selber zu investieren, dann mit dem ersten Gehalt und habe dann auch gemerkt, hey, diese ganzen Ängste, die ich davor hatte, so schwer ist es ja am Ende eigentlich gar nicht. Man sollte sich vielleicht am Anfang ein bisschen einlesen, man sollte sich vielleicht eine Strategie überlegen, irgendwo ein Depot eröffnen, was heutzutage mit den ganzen Neo-Brokern, aber auch Direktbanken wie Comdirect oder Consorsbank sehr, sehr einfach meiner Meinung nach ist und dann kann man eigentlich schon mit dem Investieren loslegen und habe dann eben einem sehr guten Freund quasi geholfen, weil er eben auch gesagt hat, er verdient Geld, aber er gibt zu viel Geld aus, er hat am Ende des Monats nicht Geld zum Sparen oder zum Investieren. Er hat mehr Monat übrig als Geld. Genau, das ist es am Ende, aber er hat sich auch T-Shirts von Philipp Lein für irgendwie 300 Euro gekauft, wo ich mir dann halt auch dachte, ja, und du fragst dich, warum du kein Geld hast und du holst dir mit irgendwie 18, 19 jetzt hier T-Shirts für 300 Euro. Ich weiß nicht, ob man jemals irgendwann solche T-Shirts braucht, aber erst recht nicht mit 18, 19 mit einem sehr kleinen Gehalt und habe ihn dann eben auch so gesagt, hey, schau dir mal meine Rendite an. Bei mir die Investments, also das Geld, was ich aktiv verdient habe, investiert habe, wächst und meine Aktien steigen im Wert, meine Kryptowährungen steigen im Wert und habe ihn dann tatsächlich so gecatcht am Ende, dass er irgendwie auch Feuer und Flamme für dieses Thema geworden ist und sich dann auch echt sehr tief in die Thematik eingelesen hat und dann eben auch quasi begonnen hat, sein Geld zu investieren. Und, und da sind wir in irgendeinem Punkt, das ist mir widerfahren, das ist ihm widerfahren. Wahrscheinlich ist es dir ebenfalls widerfahren. Es entwickelt sich irgendwie eine gewisse Sucht nach Investieren. Siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, definitiv. Ich muss aber ehrlicherweise zugestehen, es ist manchmal sehr schwierig auch dann zu entscheiden, wo investiere ich jetzt dann auch wie viel Geld. Also wenn du jetzt auf puncto Selbstständigkeit und Unternehmertum anguckst, ich könnte jetzt mein Geld in Aktien investieren oder in einen ETF, aber ich könnte auch sagen, ich investiere jetzt mein Geld oder Teile vom Geld wieder ins Geschäft, sei das in Form von Mobiliar, Waren oder Dienstleistungen, die du halt brauchst oder halt Mitarbeiter oder whatever. Das ist ja auch eine Form von Investieren und es wird dann immer so, ja, wo investierst du dann das Geld? Das ist dann nicht mehr mehr nur eine, so ich möchte immer mehr und mehr Geld investieren, sondern wo, also die Frage nach dem wo wird immer viel interessanter oder auch schwieriger zu beantworten, habe ich zumindest festgestellt, weil du so viele Opportunitäten und Möglichkeiten hast und dann abwägen musst, entweder wo gibt es mehr Rendite oder was ist nachhaltiger im Kontext für dich und dein Leben langfristig gesehen. Ja, also man könnte ja zum Beispiel sagen, okay, hey, das ist immer so das Spannende, man buttert alles am Aktienmarkt und investiert in andere Unternehmen oder man sagt, hey, ich buttere nur noch so und so viel in den Aktienmarkt und in andere Unternehmen und den ganzen Rest ins eigene Unternehmen, also solche Geschichten. Das wird dann so die komplexere Frage und wo ist da der Schnitt, wie viel in was und warum? Also das sind alles solche Fragen, die dann mit der Zeit dann auch immer mehr kommen und das Ganze tatsächlich für mich auch deutlich schwieriger gestalten, weil du dann halt mehr Komponenten hast, weil als ich begonnen habe, war für mich klar, ich investiere einfach immer mehr und mehr Geld, je mehr ich verdiene, umso mehr verdiene ich am Aktienmarkt, investiere ich an den Aktienmarkt oder in börsengehandelte Investments oder andere Kapitalinvestments und mittlerweile ist es halt eher so, okay, ich möchte eigentlich den Großteil lieber in die eigenen Unternehmen stecken, weil ich dann da auch mehr Equity aufbauen kann. Also es ist wirklich so ein schmaler Grad, aber ich glaube auch, also für die meisten ist das halt auch nicht was. Ich habe schon mit vielen Leuten auch geredet so, die meisten sind dann auch tatsächlich damit zufrieden, hey, ich will einfach ein Aktienportfolio, that's it. Und wie du schon auch gesagt hast, dieses Angestellten-Dasein, es hat schon Gründe, warum 9 von 10 oder 95 von 100 sich dazu entscheiden, ob jetzt aktiv oder indirekt oder einfach, weil sie es besser finden, einfach angestellt zu sein, wegen Risiken und Sicherheitsgefühl, regelmäßiges Gehalt, was auch immer die Gründe sein mögen. Also es widerspiegelt halt auch so letztendlich, was dann die Leute also so wollen. Also du hast halt viel öfters jemanden, der investiert und angestellt ist, als jemanden, der Unternehmer ist und investiert, weil die Unternehmer oder Selbstständigen sind halt auch die Minderheit so gesehen. Ich weiß nicht, wie du da jetzt die Brücke auch schlägst, eben du bist ja dann eben in diese Selbstständigkeit, Social Media, Social Media Manager gekommen. Wie du das dann, also so in dieser Phase, wie hast du das gestartet? Hast du dann gesagt, eben Startkapital rausgenommen? Aktuell sagst du ja, für den Umzug, fürs Auswandern, veräußerst du einiges von deinen ETFs und so weiter. Das ist ja auch eine Form von Investment in dein Leben oder in die nächsten Schritte für dein Business. Also vielleicht auch da nochmal ein paar Punkte oder auch vielleicht, was dir gerade aktuell sehr schwerfällt oder wo du sagst, hey, das sind noch Big Questions, die du noch nicht beantworten konntest oder noch nicht genau weißt, geht es dir in diese oder diese Richtung, wo der Scheideweg ist. Also erstmal guter Punkt, mit dem investiere in dein eigenes Business, weil natürlich für Angestellte mag es wahrscheinlich wenig sinnvoll sein, weil die haben natürlich das Angestelltenbusiness, also arbeiten bei irgendeinem Unternehmen, machen irgendjemand anderem die Tasche voll, aber natürlich als Selbstständiger, wie du es richtig gesagt hast, sind meiner Meinung nach sogar Investments ins eigene Business langfristig mit einer Rendite zu bemitteln. Also du wirst die Rendite dafür nie ermitteln können genau, aber ich glaube, die Rendite, die du langfristig erzielen wirst, wie zum Beispiel ich, ich werde jetzt in Portugal wahrscheinlich roundabout 10.000 Euro in die Hand nehmen müssen, um einfach ein gescheites Setup mit gescheiten Kameras, mit gescheitem Mikrofon, Licht und, und, und zu kaufen quasi. Und das ist ein Investment, wo ich sage, durch diese 10.000 Euro kann ich langfristig dann YouTube-Videos machen, Podcasts machen und, 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 die auf den Next Level hochgehoben werden, wodurch ich vielleicht wieder mehr Reichweite habe und dann wieder mehr verdiene. Also da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, du wirst die Rendite da per se nicht ermitteln können. Kommt auf dein Tracking an. Also ist schon möglich. Also generell, oder, was du eigentlich, also du kannst, aber du musst einfach genug Datensätze haben. Und wahrscheinlich, klar, wenn du die Datensätze hast, kannst du wahrscheinlich per se alles berechnen. Es wäre natürlich immer ein bisschen schwer zu schauen, die neuen Partnerschaften, die du dann vielleicht hast, inwieweit sind die zurückzuführen auf das bessere, neuere Equipment oder wären die auch schon so gekommen? Also du kannst natürlich mit Sicherheit, wenn du schaust, ich habe im letzten Jahr so und so viel verdient, ich investiere jetzt 10.000 Euro, was verdiene ich im nächsten Jahr? Also grob kann man es mit Sicherheit ermitteln, aber ich glaube, langfristig ist die beste Rendite doch die Rendite, wenn man in sich selber, ins eigene Business investiert, kann man natürlich auch als Angestellter jetzt im Bereich Fortbildungen oder sowas sehen, weil ein Angestellter, der quasi weitere Skills sich anlernt durch irgendwelche Fortbildungen, hat natürlich auch einen höheren Wert, den er auch einem Arbeitgeber gegenüber verkaufen kann, wie jemand, der vielleicht gewisse Skills nicht hat. Um jetzt aber eben nochmal die Brücke zu schlagen zu dem Selbstständigkeitsthema, ich habe dann eben meinem Homie, meinem Kollegen da geholfen, war dann irgendwie Feuer und Flamme, weil er so motiviert war, ich so motiviert war und habe dann gesehen, hey, das Ganze kann ich ja jetzt eigentlich auch auf Social Media machen für eine breitere Masse, weil was mir aufgefallen ist, damals, als ich 2020 im Oktober angefangen habe, es gab zwar schon durchaus andere Finanzkanäle, aber die hatten immer so gewisse spezielle Themen, der eine ist nur auf Aktien gegangen, der andere ist nur auf Kryptowährungen gegangen und ich habe eben recht schnell für mich selber erfahren oder entdeckt, dass eben eine Kombination aus Aktien, ETFs und Kryptowährungen meiner Meinung nach langfristig mit das Beste ist und das war eben auch dieser Grund, warum ich mich jetzt auf diese drei Asset-Klassen fokussiert habe. Natürlich geht es auch mal ein bisschen um Edelmetalle oder sowas, aber wie gesagt, diese drei Asset-Klassen sind so meine Favorites und bin dann eben in die Erst-Nebenselbstständigkeit oder im Nebengewerbe quasi gestartet, weil ich während dem dualen Studium gesagt habe, hey, jetzt haben wir auch Corona, irgendwie suche ich noch ein bisschen nebenbei was, wo ich irgendwie, sagen wir mal, meine Zeit auch rumbringen kann und hatte dann eben in der damaligen Zeit das große Hobby, Finanzen und Investieren und habe dann eben meinem Bekannten geholfen, wodurch ich dann gesagt habe, hey, starten wir einfach mal auf Instagram und schauen, wie sich das ganze Thema entwickelt. War dann aber auch schon recht schnell so an einem Punkt, ich glaube, die ersten Umsätze habe ich nach vier Monaten oder sowas generiert. Man kann ja als Finanz-Influencer auf verschiedene Arten und Weisen Geld verdienen. So die geläufigsten, würde ich sagen, sind entweder bezahlte Partnerschaften, also bezahlte Beiträge, bezahlte Reels oder sowas oder auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch Affiliate, Marketing, das heißt quasi, wenn ich in meiner Story irgendwie einen Link von irgendeinem Broker teile und ihr euch über diesen Link anmeldet, dann habt ihr keinerlei Nachteil davon. Ich bekomme aber von dem Broker dann eine kleine Provision quasi, dass ich euch eben zu diesem Broker geleitet habe. Und das war eben sozusagen der Punkt, dass ich recht schnell gesehen habe, okay, man kann ja mit diesem ganzen Thema Finanz-Influencer doch auch irgendwie Geld verdienen und hatte dann eben doch recht schnell auch mir die Aufgabe, das Ziel gesetzt. Ich bin jetzt noch ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre in diesem dualen Studium hier drinnen. Ich will eigentlich direkt danach in die Selbstständigkeit starten, weil mich einfach die Art und Weise der Arbeit eben dieses selbstständig Sachen machen. Klar, man arbeitet definitiv mehr, man hat so gesehen vielleicht auch weniger Freizeit, aber am Ende, mich erfüllt es einfach unmenschlich, dass ich quasi für mein eigenes Baby arbeite und zudem noch Leuten langfristig helfen kann und Leute dazu bewegen kann, dass sie sich eben auch erstmalig mit diesem doch sehr wichtigen Thema Finanzen auseinandersetzen und halt schauen, wie sie ihr Geld vielleicht auch langfristig gewinnbringend irgendwie investieren können und nicht durch eine Inflation irgendwie auffressen lassen und war dann eben an einem Punkt, dass es immer weiter angewachsen ist, immer weiter angewachsen ist und hatte dann eben dieses Jahr im Januar bis April war eine Phase, die doch auch etwas schwierig war. Ich wäre nämlich fast durch meine Bachelorarbeit durchgefallen. Das heißt, mein Leben wäre wahrscheinlich ganz anders verlaufen, wenn das der Fall gewesen wäre, konnte es dann aber doch noch so hinwiefen, dass ich durchgekommen bin quasi und war dann eben an einem Punkt, okay, ich will nicht mehr im Angestelltenverhältnis weiterarbeiten. Ich habe jetzt schon Youth Financials, wo ich ein wenig Geld generiere, aber jetzt auch noch nicht voll ganz davon leben kann und war dann eben an einem Punkt, dass ich gesagt habe, so im März und April, also ich glaube, der letzte Arbeitstag war der 5. April, wenn mich nicht alles täuscht und habe dann eben gesagt, hey, ich würde gerne Youth Financials jetzt in die Selbstständigkeit gehen, brauche aber nebenbei noch irgendwas, wo ich quasi als Freelancer arbeiten kann. Warum Freelancer? Einfach aus dem Grund, dass ich eben genau die gleichen Flexibilitäten habe, die ein Selbstständiger hat, weil man eben als Freelancer in den meisten Stellen auch ortsunabhängig arbeiten kann, in der Regel flexiblere Arbeitszeiten hat, die man dann mit dem Arbeitgeber ausmachen kann und war dann eben sehr dankbar, dass ich den Kontakt zu Cointracking dieses Jahr im März gefunden habe und dann eben auch ein Angebot von Cointracking bekommen habe, ob ich denn Lust hätte, für Sie den Social Media Manager zu machen, also quasi die Verantwortung auf Social Media zu übernehmen, um Cointracking größer zu machen, populärer zu machen und einfach gesagt, kurz zusammengefasst, was macht Cointracking? Cointracking gibt es schon seit mittlerweile zehn Jahren am Markt, allerdings hat sich das Team jetzt erst seit zwei bis drei Jahren so richtig aufgebaut und zwar, wie es der Name schon sagt, Cointracking, man kann dort seine ganzen Kryptotransaktionen tracken, es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen von Transaktionen, man kann investieren, man kann traden, es gibt Liquidity Mining, es gibt Staking, also es gibt verschiedene Arten von Einkommen und unser Finanzamt, ich glaube die Schweiz dürfte da ein wenig weiter sein, aber das Finanzamt in Deutschland ist kryptomäßig noch, oder besser gesagt ganz Deutschland, ist kryptomäßig noch, ja noch nicht ganz so auf den Trichter und das gleiche ist auch bei Steuern der Fall, also wir haben noch wenig bis gar keine Regulatorik hier, aber eben du kannst bei Cointracking deine ganzen Transaktionen tracken und mit einem Klick am Ende einen Steuerreport ziehen, den du dann eben an dein Finanzamt weiterleiten kannst, wo ich auch immer sage, wir sind meiner Meinung nach noch zu früh mit dem Produkt am Markt, weil aktuell einer von 100 Leuten gibt eine Krypto-Steuererklärung ab und an der Regel, wie viele Leute investieren denn aktuell in Krypto, ich glaube 0,5% der Weltbevölkerung in Bitcoin jetzt gemessen und am Ende ist es eben ein sehr wichtiges Tool, was meiner Meinung nach langfristig bleiben wird und war dann eben sehr dankbar, dass ich quasi mit Cointracking, also einem sehr gleichen Bereich wie Youth Financials eben was gefunden habe, wo ich als sehr flexibler Freelancer sehr unabhängig arbeiten kann und bin jetzt eben quasi voll drauf und dran, bin jetzt seit April eben jetzt sind es acht Monate, ne neun, ne neun April sieben, sieben Monate sind es seit sieben Monaten, knapp über einem halben Jahr eben sozusagen selbstständiger und habe aber auch recht schnell gemerkt, dass die Selbstständigkeit in Deutschland jetzt nicht das Zuckerschlecken am Ende ist, weil es Deutschland meiner Meinung nach für Selbstständige in gewissen Bereichen nicht wirklich attraktiv oder machbar macht. Ein großer Punkt sind zum Beispiel so Steuervorauszahlungen, das heißt, wenn du Selbstständiger bist in Deutschland, musst du ab dem zweiten Jahr deiner Selbstständigkeit oder deines Nebengewerbes Steuervorauszahlungen leisten, das heißt, das Finanzamt sagt, hey, weil du letztes Jahr Summe X verdient hast, wirst du diese Summe dieses Jahr wieder ja verdienen, deshalb wollen wir jetzt eine Vorauszahlung deiner Einkommenssteuer haben, wo ich sage, ist eine Katastrophe, weil das gibt es bei Angestellten nicht und es ist auch bei Selbstständigen im Hinblick auf die Liquidität einfach nicht geil, weil der Selbstständige muss dann Liquidität opfern für Steuern, die er eigentlich erst nächstes Jahr zahlen muss, muss dadurch vielleicht einen Kredit aufnehmen oder in Dispo-Kredit rutschen. Die allenfalls ja vielleicht sogar noch geringer ausfallen. Genau, kann natürlich auch geringer ausfallen, aber es gibt natürlich auch Fälle, wie du es gesagt hast, wenn du heute oder dieses Jahr 200.000 verdienst, nächstes Jahr aber nur noch 100.000 verdienst, weil du vielleicht irgendeinen krassen Deal in einem Jahr abgeschlossen hast, was weiß ich, dann zahlst du sogar Geld, was du ja so gesehen wieder zurückbekommst, aber halt erst in einem Jahr, wo du halt dann auch sagen musst, das ist alles in allem nicht geil. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, die Krankenversicherung in Deutschland, egal ob es jetzt gesetzlich ist oder privat, sind sehr, sehr, sehr teuer. Ich habe jetzt in der Selbstständigkeit, weil du hast die Beitragsbemessungsgrenze, liegt bei knapp 5.000 Euro brutto. Wenn du diese überschreitest, musst du, ich glaube, knapp über 800 Euro im Monat in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Wenn wir uns jetzt anschauen bei der privaten, da hast du quasi eine schlechte private Krankenversicherung, wo du dann aber auch viel Selbstbeteiligung oder sowas hast, bist du irgendwie bei 350 Euro im Monat und eine sehr gute Krankenversicherung privat, wo du dann Chefarztbehandlung, Einzelzimmer und solche Geschichten hast, bist du dann bei 650 Euro, wo du dann irgendwie trotzdem im Schnitt 400, 500 Euro für die Krankenversicherung zahlst. Wenn du jetzt eine internationale Krankenversicherung nimmst, ich habe jetzt nämlich aktuell beispielsweise die Passportcard, das ist eine Krankenversicherung, die ist weltweit gültig, außer Amerika. Ich hätte auch Amerika mit abschließen können, dann hätte die Versicherung aber, glaube ich, irgendwie das Doppelte im Monat gekostet. Also es wäre nicht wirklich sinnvoll gewesen. Ich zahle für diese Versicherungen private Versicherungen, auch Chefarztbehandlungen, Einzimmerbehandlungen mit so Geschichten wie Zahnzusatzversicherung und so, zahle ich im Monat 250 Euro und kann mich weltweit in jedem Land außer in Amerika behandeln lassen. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo ich sage, auch schweineteuer in Deutschland. Steuerberatungen sind ziemlich teuer in Deutschland. Also nur mal als ein Beispiel, das, was ich hier in Deutschland jetzt in einem halben Jahr für die Steuerberatung gezahlt habe, ich zahle aufs Gesamtjahr gerechnet in Portugal ungefähr 20 bis 30 Prozent der Kosten für meine Steuerberatung dann in Portugal. Also ich habe recht schnell dann in der Selbstständigkeit... Also was kostet das so, dass man sich das besser vorstellen kann, jetzt zum Beispiel in Deutschland? In Deutschland war es jetzt in diesem Jahr meine Steuerberatung. Ich bin auch dann quasi, habe die Zusammenarbeit auch beendet, weil es in meinen Augen zu teuer war. Für zwei Umsatzsteuererklärungen waren es, glaube ich, 2,8. Es war noch ein bisschen Beratung. Also für ein ganzes Jahr einfach. Aber keine Beratung, wo ich jetzt sage, viel. Aber klar, Steuerberater in München jetzt speziell haben halt Stundensätze von 200 Euro und da wird halt auch eine WhatsApp-Nachricht dann mit einem Stundensatz von 200 Euro a einer Viertelstunde oder sowas berechnet. Also es ist sehr, sehr teuer. Und jetzt mal im Vergleich, in Portugal zahle ich zum Beispiel dann 500 Euro im Jahr für die komplette Einkommenssteuererklärungsgeschichte und zahle nochmal 100 Euro im Monat für die Beratung. Also wenn ich irgendwelche Fragen oder sowas habe. Da sind wir dann irgendwie im Schnitt bei, keine Ahnung, 1.800 Euro, wo wir hier in Deutschland bei knapp 6.000 Euro sowas sind mit Umsatzsteuer dann. Gut, Umsatzsteuer ist jetzt ein laufender Post natürlich. Das ist jetzt so gesehen keine Ausgabe, wo wir dann mit Umsatzsteuer irgendwie bei 7.500 Euro oder sowas sind. Und habe dann eben halt recht schnell gemerkt, hey, Deutschland, auch wenn es natürlich mein Mutterland sozusagen ist und auch wenn ich natürlich wahrscheinlich langfristig irgendwann mal wieder nach Deutschland kommen werde, weil hier natürlich einfach Freunde und Familie größtenteils angesiedelt sind, habe ich einfach gemerkt, jetzt vor allem diese ersten Jahre in der Selbstständigkeit, wo man halt eben Chancen hat, echt gut Vermögen aufzubauen, weil meiner Meinung nach einer der größten Vorteile im Selbstständigen oder in der Selbstständigkeit im Vergleich zum Angestelltenverhältnis sind einfach die jährlichen Gehaltssteigerungen, weil du natürlich, wo du in einem Angestelltenverhältnis vielleicht nur 4 oder 5 Prozent im Jahr machst oder vielleicht sogar nur 3 Prozent, es mag auch viele geben, die wahrscheinlich weniger machen, kannst du halt in der Selbstständigkeit, klar, du musst auch opfern, du musst auch natürlich Arbeit in das ganze Thema reinstecken, aber kannst da eigentlich easy um 30 Prozent wahrscheinlich oder um 20 Prozent im Jahr dein Gehalt steigern. Klar, natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt, aber in den ersten Jahren kannst du eben viel Wachstum, viel, viel Steigerung mitnehmen. Und das war eben der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, overall, ich habe es jetzt mal ein halbes Jahr in Deutschland gemacht mit der Selbstständigkeit, aber unter diesem monetären Schirm und da fallen zum Beispiel jetzt nicht nur Steuern darunter, weil da habe ich auch auf Instagram den einen oder anderen kritischeren Kommentar bekommen nach dem Motto, ah, du Asi nutzt jetzt irgendwie Studium und alles in Deutschland und jetzt, wo du Steuern zahlen musst, verpisst du dich irgendwie, wo ich dann halt auch gesagt habe, so am Ende hat es mehrere Gründe, wie gesagt, Wetter, die Mentalität der Menschen und eben monetär, wo ich eben sage, da zählen nicht nur Steuern dazu, da zählen meiner Meinung nach Sozialabgaben dazu, da zählen aber auch so Sachen dazu, was kostet eine Steuerberatung, was sind die Lebenshaltungskosten in gewissen Ländern, wo ich jetzt sagen muss, klar, so Sachen wie Miete oder so sind tatsächlich in Lissabon, Lissabon ist nämlich die drittteuerste Stadt europaweit nach Miete, war mir auch noch nicht so bewusst, ist tatsächlich ziemlich vergleichbar mit Deutschland, aber overall dieser monetäre Aspekt, man spart sich einfach sehr viel Geld, meiner Meinung nach, und hat eben so Sachen, wo ich sage, ich habe jetzt keinen Hass gegen die deutsche Regierung oder gegen Deutschland entwickelt, ich bin jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker oder sowas, aber meiner Meinung nach, finde ich, ist Deutschland schon oft so ein bisschen die Mentalität, kleiner Finger, ganze Hand, und was Deutschland meiner Meinung nach, da würde mich gleich mal deine Meinung über die Schweiz interessieren, was Deutschland meiner Meinung nach noch nie oder fast noch gar nicht gecheckt oder verstanden hat, ist das, wo wenn man jetzt mal nach Amerika schaut, in Silicon Valley, wo man quasi so eine Investmentattitüde hat, wo einfach, glaube ich, jeder Investor wahrscheinlich als Kind schon weiß, nein, ich verzichte jetzt auf den Genuss, sondern ich investiere, um in 10 Jahren 30 Mal so viel quasi zu haben, was ich aber auch nur bekomme durch meine Investments, weil bei Deutschland ist meiner Meinung nach immer so ein bisschen so, direkt der erste Euro wird besteuert, direkt der erste Monat in der Selbstständigkeit musste Steuern zahlen, direkt nach ein paar Monaten kommt die erste Steuervorauszahlung, und meiner Meinung nach, ich würde mir sehr wünschen für Deutschland langfristig, weil es 100% eine Win-Win-Situation sein wird, einmal für den Selbstständigen, aber am Ende auch für die Regierung, für Deutschland, für das Land, für den Staat an sich, weil, wenn man jetzt so Geschichten einführen würde, wie man sagt, Leute, die in die Selbstständigkeit gehen, Leute, die dieses erhöhte Risiko auf sich nehmen, bekommen, sagen wir mal, vielleicht drei Jahre, die ersten drei Jahre, die doch auch schwierigsten Jahre, man sagt ja, ich glaube, neun von zehn Startups schmieren in den ersten drei Jahren ab, was natürlich auch Liquiditätsgründe ganz klar am Ende hat, was auch mit diesen Steuervorauszahlungen meiner Meinung nach zusammenhängt, wenn man einfach so Geschichten machen würde, wie dass man sagt, die ersten drei Jahre sind irgendwie steuervergünstigt oder komplett steuerfrei, und dann ab dem vierten Jahr müsst ihr ein bisschen mehr Steuern zahlen, ich glaube, da wird kein Selbstständiger groß was dagegen haben, und ich glaube, langfristig würde auch ein Land wie Deutschland mehr Steuern mit dieser Art und Weise einnehmen, und das war eben so ein bisschen der Punkt, dass ich gesagt habe, hey, Deutschland ist in meinen Augen alles andere als unternehmerfreundlich, und ich schaue jetzt, wo ich hinziehen kann, wo ich auswandern kann, um einfach ein bisschen unternehmerfreundlichere Länder zu finden quasi, wie ist denn das in der Schweiz mit der Unternehmerfreundlichkeit, oder mit dem Umgang mit Selbstständigen? Generell kannst du halt einfach sagen, Steuern im Nachhinein zahlen, einfach genau ein Jahr später, oder drei Monate, nachdem das Jahr vergangen ist, wenn du die Steuererklärung gemacht hast, klar zahlst du vielleicht dann ein paar Zinsen drauf, aber das ist jetzt nicht so die Welt, das würde es eigentlich schon lösen, klar hast du dann vielleicht als Staatsaktion, okay, vielleicht verliere ich dadurch auch Geld, weil dann gewisse das Geld aufbrochen, dann gehen sie in Insolvenz, und dann können sie die Steuern nicht zahlen, das kann dein Nachteil sein, aber ich bin ja allgemein nicht so von der Mentalität, Steuern im Voraus oder direkt vom Gehalt abgezogen, das ist ja in Deutschland so, in der Schweiz ist das nicht so, da zahlt eigentlich jeder generell die Steuern im Nachhinein, oder er zahlt es bewusst selber, weil er selber entscheidet im Voraus. Auch bei Angestellten dann, oder ist es nur bei... alle, alle, völlig egal, darum sage ich ja, hier wird in der Schweiz jetzt, also meiner Meinung nach, überhaupt nicht unterschieden, ob du selbstständig oder angestellt bist, es gibt sehr wenige Dinge, die unterschiedlich sind, weil du zahlst auch ganz normal, in die gesetzliche Rente einer Selbstständigen, also das ist wirklich, da wird nicht stark unterschieden, ob du jetzt angestellt bist, oder selbstständig per Definition, oder Unternehmer, da ist eigentlich alles sehr, sehr gestreamlined, und da wird dann auch nicht unterscheidet, ob du dann noch Beamter bist, und so weiter, und punkto Steuern kann man einfach allgemein sagen, sind wir natürlich viel besser unterwegs, in dem Kontext, weil auch, dass das mit den Kryptowährungen, dass du hier genau wissen musst, wie und wo du eingekauft hast, ich bin auf jeden Fall kein Steuerberater, aber generell ist jetzt, wenn ich jetzt für 10.000 Franken Bitcoin kaufe, und dann, keine Ahnung, ein Jahr später das veräußere, oder ein halbes Jahr später, und 10.000 Gewinn damit mache, als Privatperson, und ich aber trotzdem noch normal arbeite, dann habe ich auf diese 10.000 Gewinn keine Steuern, das ist ähnlich wie bei Aktien letztendlich, also ich kann, die Nvidia Aktie, wo ich 40.000 Gewinn habe, kann ich heute verkaufen, und das hat keine steuerliche Implikation, weil ich diese Aktien privat halte, ich Privatinvestor bin, und ja, das sind halt solche Geschichten, und in Deutschland hättest du sofort auf diese 40.000, oder was auch immer, das Gewinn sind irgendwie 25, 27, Deutschland ist immer Steuer, egal um was es geht. Genau, das sind so die Punkte, wo ich halt sage, ja, definitiv, die Schweiz ist sicherlich nicht perfekt, es gibt sicherlich auch Länder, die sind nochmal deutlich, ich sage jetzt mal, easier unterwegs, wenn du unternehmerisch tätig bist, selbstständig tätig bist, aber ich würde schon sagen, so die Grundvoraussetzungen hier in der Schweiz sind wesentlich besser, und auch wesentlich einfacher Hand zu haben, manchmal auch sehr, oder deutlich pragmatischer, also es fängt schon an mit der Mehrwertsteuer, die fällt ja bei euch, bei keine Ahnung, 20.000, oder was weiß ich schon was an, bei uns musst du erstmal 100.000 Umsatz pro Jahr machen, dass du überhaupt mehrwertsteuerpflichtig bist, ja, so ein 100.000, das brauchst du halt in einem Moment, in der Regel ist es nicht direkt im ersten Jahr, wo du mehrwertsteuerpflichtig wirst, ja, und 100.000 ist auch ein guter Batzen, also auch in der Schweiz, also das sind halt solche Geschichten, das ist dann nicht irgendwie in der Regel in den ersten 2, 3 Monaten oder im ersten Halbjahr, wo das schon relevant wird, und das sind also diese ganzen Fresh-Holes, die sehr oft deutlich höher gesetzt sind, und dadurch auch deutlich realistischer sind, und meistens erst im zweiten Jahr, oder gar erst im dritten Jahr relevant werden, wo das Unternehmen schon besteht, und dadurch ja eh die Steuern entweder selbstbestimmt im Voraus zahlst, oder meistens dann auch im Nachhinein, eben um diese Liquidität zu wahren, hast du halt auch die Wahl, und nicht so den großen Stress, und dann kannst du dann auch die Steuern erst zahlen, wenn sie dann auch wirklich konkret anfallen, und das Geschäftsjahr vorbei ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr zufrieden mit, würde ich so auch jetzt nicht viel ändern, und also ich muss sagen, ist sehr, sehr gut aufgegleist. Ich habe jetzt auch schon mehrere Unternehmen hier gegründet, und das ist eigentlich ganz angenehm, wenn ich so sagen darf. Klar gibt es hier und da Eigenheiten, man muss es speziell machen und beachten das, aber so Probleme gibt es eigentlich so gesehen nicht, oder auch eben Probleme, wo mit riesigen Vorzahlungen, oder du kannst auch ganz klar dem Steuern sagen, guck mal, dieses Jahr erwarte ich deutlich weniger, also ich werde dann auch, also mach mir bitte eine neue Berechnung, dann machen die dir auch eine neue Berechnung, sowohl bei den Privatsteuern, als damit du auch ungefähr weißt, wie viel du dann zahlen wirst, wenn du im Voraus zahlen möchtest. Also diese Wahl bleibt dir offen, und das ist relativ flexibel. Es liegt aber auch daran, dass du halt das Ganze kantonal, als auch dann auf Gemeindelevel dann steuerst. Also das Ding ist, du kannst hier in der Schweiz irgendwo leben, deinen Firmen-Sitz haben, und dann 10 Kilometer, nur 5 Kilometer daneben ist eine andere Gemeinde, und da herrscht ein anderer Steuersatz. Da hast du immer noch den kantonalen Steuersatz, aber stell dir vor, du bist Kanton Zürich, und die Gemeinde nebenan ist schon Kanton St. Gallen oder Kanton Aargau, da hast du nochmal eine andere kantonale Steuer, plus noch die andere Steuer der Gemeinde. Und das sind ja alles solche Geschichten, das sind teilweise nicht mal, also es kann ja sein, dass du genau am Rand wohnst, oder halt deine Firma hast, und jetzt ziehst du einen Kilometer daneben, jetzt bist du in einem anderen Kanton, plus noch eine andere Gemeinde, und das hat völlig andere Steuerimplikationen, du zahlst mehr oder weniger, und teilweise massiv. Und das sind ja alles solche Punkte, wo du dann halt sagst, okay, irgendwann macht es strategisch Sinn, deinen Firmensitz nach Zug, oder Kanton Schwyz, oder Uri zu moven, und vielleicht auch privat dort zu wohnen, weil du halt jährlich, keine Ahnung, weil dein Einkommen hoch ist, 50.000 pro Jahr an Steuern sparst. Und du lebst aber nur 30 Kilometer entfernt von deinem vorherigen Wornhut. Also das ist ein Katzensprung, zum Beispiel mit Auto, oder mit Zug, oder was auch immer. Das sind alles solche Sachen, wo ich eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden bin, mit der Schweiz, und hoffe, dass es noch weiterhin so bleibt. Und ich halt tatsächlich sehe, dass die Schweiz eines der einzigen, wenn nicht das einzige Land ist, dass das so krass, so heruntergebrochen, auf so kleinen, ich sage jetzt mal, Zellen und Gemeinden runterbricht. Ich kenne das jetzt sonst nicht von anderen Ländern. Und generell muss ich aber auch sagen, ja, ich würde sagen, wenn du dasselbe hier in der Schweiz machen möchtest, bist, dann hast du es zumindest, was die Gesetze und Co. angeht, einfacher. Aber wenn es ums Drum herum geht, Lebenskosten, die du dann auch selber stemmen musst, je nachdem, wo in der Lebenslage du bist, und dann tatsächlich auch mit dieser Traction, die du haben möchtest, vor allem, wenn du nur den Schweizer Markt tacklst, das vielleicht auch schwieriger ist, weil wir wesentlich weniger Einwohner sind, und du bedenken musst, wenn du jetzt zum Beispiel auch deutschsprachigen Content machst, wir auch Italienisch und Französisch haben, und die erreichst du alle gar nicht, in der Regel. Also das heißt, du hast dann einfach andere Schwierigkeiten durch weniger Menschen und weniger Menschen, die tatsächlich auch Deutsch als Muttersprache haben in der Schweiz, weil es sind nicht alle neun Millionen Einwohner, die Deutsch sprechen, oder, weißt du, ich meine, es ist nicht wie in Deutschland, da ist Deutsch die Hauptsprache, sondern wir haben halt vier Hauptsprachen, und da sind dann halt, da fallen dann schon direkt drei Millionen Leute weg, weil Italienisch, Französisch hauptsächlich noch, und die sprechen nicht alle Deutsch oder wollen auch nicht alle Deutsch sprechen und sich Content oder Dinge auf Deutsch reinziehen, ist halt einfach so, weil es nicht ihre Muttersprache ist. Das sind dann solche andere, ich sage mal, Komplexizitäten, die halt dann dazukommen, aber overall würde ich jetzt die Schweiz schon immer bevorzugen, wenn es eben um Unternehmertum und Selbstständigkeit geht. Selbst als Angestellter würde ich es bevorzugen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Sehr cool. Jetzt würde mich natürlich noch so zum grünen Abschluss so ein bisschen interessieren, wo geht es bei dir hin mit den ganzen Projekten, wie sieht jetzt vielleicht noch die Endjahres-Rallye für dich aus? Vielleicht in ein paar Buzzwords zusammengefasst, was steht so bei dir noch an? Genau, also ich bin jetzt vor zwei Wochen, habe ich mich so gesehen, offiziell schon umgemeldet nach Portugal, hat den einfachen Hintergrund, weil das NHR-Visa, Non-Habitual-Residente, ein Visum, mit dem du dann als Freelancer, Selbstständiger quasi zehn Jahre in Portugal bleiben kannst, wird ab 2024 abgeschaffen. Deshalb musste ich quasi mich dieses Jahr schon so gesehen ummelden nach Portugal, werde dieses Jahr aber trotzdem noch in Deutschland Steuern zahlen, habe jetzt vor kurzem meine dritte Umsatzsteuer vor oder die Umsatzsteuer-Voranmeldung für das dritte Quartal abgegeben, werde dann noch die vierte, für das vierte Quartal abgeben müssen und Ziel bei mir ist jetzt bis Ende des Jahres noch in Deutschland quasi meine WG soweit komplett aufzulösen. Da geht nämlich der Mietvertrag bis 31.12. werde dann wahrscheinlich, vielleicht sogar schon irgendwie 27.28. Dezember, hoffentlich mit einer neuen Wohnung in Lissabon, ich habe nämlich gerade aktuell noch ein paar Online-Besichtigungen, dann quasi nach Lissabon rüberziehen, werde dann auch erst mal in Lissabon bleiben, weil, was sehr wichtig ist, wenn man umzieht in ein anderes Land, also von Deutschland raus in ein anderes Land, auch als kleiner Tipp an alle, die das geplant haben in Zukunft, ihr solltet schauen, dass wenn ihr auswandert, dass ihr clean auswandert, das heißt, dass ihr ab 1. Januar wahrscheinlich im Optimalfall eine Wohnung im neuen Wohnort habt, dass ihr die ersten Monate erst mal im neuen Land bleibt und nicht direkt nach einer Woche irgendwie nach Deutschland wiederkommt und dass ihr auch einfach Belege und sowas sammelt, dass wenn das Finanzamt irgendwelche Fragen habt, dass ihr nachschicken könnt und nachhaken könnt und sagen könnt, hey, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt mittlerweile in Portugal und da habt ihr Belege, viel Spaß damit, analysiert die und werde dann eben ab nächstem Jahr in Portugal, in Lissabon, um genau zu sein, leben. Bist natürlich auch gerne jederzeit willkommen. Ich werde wahrscheinlich da auch dann meinen Podcast starten. Das ist jetzt seit drei Jahren auf der Agenda, auf der To-Do-Liste. Ich habe es aber nie wirklich geschafft, weil ich es irgendwie gescheit aufziehen wollte und werde dann eben in Lissabon quasi meinen Hauptwohnsitz haben, werde aber natürlich trotzdem auch in den nächsten Monaten und Jahren viel rumreisen, werde verschiedene Länder besuchen, weil was mir aufgefallen ist, was auch eine Art von Content ist, die glaube ich sehr gut ankommt bei den Leuten, ist einfach mal so ein bisschen der Blick über den Tellerrand in andere Länder hinein. Ich habe nämlich jetzt in Lissabon, als ich die zwei Wochen da war, ich glaube vier, fünf verschiedene Reels und ein paar Beiträge gemacht über eben so Kombinationen Deutschland-Portugal oder Vergleiche, Kostenvergleiche und solche Geschichten und das war alles Content, der echt sehr, sehr gut angelaufen, angekommen ist und meiner Meinung nach will ich eben mit diesem auch, da ich in Zukunft mehr reisen werde, auch in asiatischere Länder, wo man vielleicht dann nochmal eine ganz andere Preisniveaus hat, einfach so ein paar Videos machen, Content machen, um einfach dieses ganze Finanzthema weltweit weiter voranzutreiben, weil ich weiß nicht, wie die Systeme, die Rentensysteme in der Schweiz sind, aber Deutschland wird meiner Meinung nach früher oder später kollabieren, weil es einfach nicht machbar ist, dass ein Angestellter für vier Rentner irgendwie die Rente bezahlen soll und genau, das sind jetzt so die nächsten Wochen und Monate bei mir und genau. Wo findet man dich, Julius? Man findet mich auf instagram.use.financials Da könnt ihr gerne vorbeischauen, da kommt regelmäßig Content, da sind auch andere Channels dann, also YouTube und TikTok noch verlinkt, aber Instagram ist meine Haupt-Main-Plattform, die ich eben seit Oktober 2020 bespiele und genau, fand auch sehr cool, dass wir hier heute jetzt ein sehr spannendes Gespräch hatten. Vielen Dank auch an der Stelle an dich und genau.